Los mit der Tombola-Verlosung, mit der Verlosung unserer Hauptpreise hier auf der Bühne. Die kleinen Preise könnt ihr euch nachher unten abholen. Vorher möchte ich aber noch kurz was sagen. Wir haben natürlich die Tombola, haben wir auch von Anfang an gesagt, nicht zu unseren eigenen Zwecken gemacht. Der ganze Erlös wird gespendet. Wir hatten heute auch den Leo-Club Schwerin hier, die im Foyer Kuchen verkauft haben. Auch der Erlös geht da zusammen. Wir haben insgesamt heute mit der Tombola und mit dem Kuchenverkauf 238 Euro eingenommen. Und ich danke euch allen ganz herzlich für den Kauf der Lose. Weitergehend hat der Leo-Club Schwerin noch weitere knappe 250 Euro dazugelegt, sodass wir jetzt 500 Euro spenden können. Und dazu möchte ich gerne mal Frau Sobanski von der Petrus-Gemeinde hoch bitten. Und ein Vertreter vom Leo-Club. Hallo Frau Sobanski. Guten Tag und ich danke erstmal allen für die große Spende für unsere Kinder. Ich möchte vorerst Frau Sobanski die Urkunde übergeben mit dem Spendenwert von 500 Euro. Und Frau Sobanski wird nochmal kurz erzählen, wofür wir das verwenden werden. Also wir verwenden dieses Geld für ein Kindercamp, was wir vom 12.7. bis zum 16.7. mit den Kindern machen. Es sind Kinder aus sozial schwachen Familien. Und wir haben dieses Jahr in Planung, oder die Termine stehen schon, wir fahren nach Grabo an die Hechtfortschleuse, werden da eine Tour mit den Wernerbooten machen. Das ist auch ein Club, der sich für sozial Schwache begeistert. Dann werden wir einen Besuch in der Küsschenmanufaktur machen, wo die Kinder dann ihre Negerküsse selber herstellen können und sehen, wie das funktioniert. Und wir werden mit den Kindern nach Platschow fahren auf den Elefantenhof, wo ja auch nicht jedes Kind hinfahren kann, wegen der Preise. Und so haben wir doch eine gute Summe zusammen und können ganz beruhigt mit den Kindern in die Ferien starten. Ich danke nochmal allen für die große Ü-Spende. Auch dem Leo-Club, danke. Von dem werden wir regelmäßig unterstützt. Und die Kinder freuen sich schon wahnsinnig drüber. Danke, Frau Subanski. So, nun könnt ihr mal eure Lose rauszücken und mal kräftig auf die Nummern gucken. Ich bin natürlich gemein und fang von hinten an. Wie gesagt, alle, die jetzt genannt werden, das sind alles kleinere Hauptpreise, bis hin zum Oberhauptpreis. Alle, klar, Trostpreise sozusagen können nachher neben der Bühne abgeholt werden, bei meiner jungen, netten Kollegin hier unten. Also, wenn ihr eure Nummer jetzt nicht hört, dann geht ihr danach einfach mal zu ihr und vielleicht ist sie da noch dabei. Wir fangen mal an. Und zwar wird meine nette Theresa jetzt einmal das Losziehen, der die PC-Maus gewinnt. Und das ist die Nummer 999. Das Auto möchte ich aber niemals dreckig sehen bei so vielen Waschkarten. Okay, kommen wir zu unseren drei Hauptpreisen. Der dritte Hauptpreis sind zwei Karten für die Festspiele und 900. Die Nummer 900 darf mit einer weiteren Person zu den Festspielen schwer hinzugehen. Der zweite Hauptpreis ist passend zur WM ein Kickertisch und hat die Nummer 8. und das ist die Nummer 8. Und unser Hauptpreis, ein Wochenende für zwei Personen im Schloss Hasenwinkel, hat tatsächlich die Nummer 1. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß. So, und alle Nummern, die jetzt nicht gezogen sind, die können sich gerne nochmal hier vorne bei den netten Damen melden. Wir haben noch ganz, ganz, ganz viele kleinen Preise, Trostpreise, aber schöne Sachen dabei. Okay, und noch viel Spaß beim Feiern mit den Jungs von Stativ. Danke. 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 Danke.